Ich bin müde und will es zu Ende bringen. Das meinst du nicht ernst, Bowman! Fing dich, Charlie! Bowman nicht! Du toter Amerikaner! Du machst mir keine Angst, du alter Kommunist! Bowman! Bowman! Du verdammtes Arschloch! Der Nächste! Ich bring euch alle um! Fass mich nicht an! What? Scheiße! Mistkerne! Dafür werden sie bezahlen! Du! Nicht reden! Spielen! Wie lautet der Plan? Ich denke nach! Ich denke nach! Nicht reden! Eine Chance, Mace! Wir werden sie ergreifen! Okay! Zurück! Du tätest mich nicht! Du erschießen, GI! Du erschießen! Du erschießen! Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Call of Duty Black Ops 1 mit mir, dem Ingo Viva! Und wir spielen gerade russisches Roulette! Bereit! Und Dingsbums ist schon tot! Okay! Ah! Scheiße! Zaaack! Waffe genommen! Und tot! So! Kleiner Motherfucker! Na los! So! Ich bin jetzt voll in Aggro! Was komisch ist! Brauche ich jetzt schon wieder die Granaten her? Keiner macht mir an wegen einer! Ja, ich bin noch hinterher! Nein! Mal kurz weggehen! Entdeckung gehen! Okay! Dann langsam nach oben! Alter! Wie ich auf die Leute! Ich habe mal das Gefühl, ich bin besser so! Okay! Ich muss weggehen kurz! Mal kurz ausruhen und ich gehe weiter! Alter! Wie werde ich denn immer hier getroffen? Typisch AK, ey! Durchschlagskraft super! Aber vom, 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 ähm, ähm, vom Verzielen! Alles roger! Er ist tot! Der Russe wird sterben! Er hat recht vertreten! Jüber fliehen! Hatte ich ihn nicht vorhin getroffen? Oh! Weiter geht's! Weiter geht's! Jetzt gehen wir im Tunnel! Der Mistkerl versucht zu fliehen! Mach ihn fertig, Mason! Du gehst der Feuer! Du hast ihn! Für Bowmen! Für Bowmen! Genau! Für Bowmen! Na los! Wir dürfen keine Zeit verlieren! Arschfutze! So! Abtankos Anlage kann nicht weit weg sein! Die Tage dieses verfluchten Bastards sind gezählt! Oh! Siehst du den Heinz? Den nehmen wir! Ich hab die alle getroffen! Weit beim Helikopter! Granate! Weit beim Helikopter! Oh! Da freu ich mich jetzt schon drauf! Das wird so schön! Aber es wird bestimmt schwierig! 12 Millimeter Buhkanone! Wir sind bereit für den dritten Weltkrieg! Kettenladesystem an den 32ern! Ich bin jetzt mal gespannt! Rotor an! Ich steuere! UV 32 bereit! Achso! Du steuerst und ich? 12 Millimeter Kanone bereit! Wir haben volle Energie! Bereit? Bereit! Ich bringe den Vogel hoch und übergebe dir dann den Knöppel! Klar! Achso! Ich mach schießen und Dings wieder! Okay! Alle feindlichen Ziele gelten! Verstanden! Alle! Wir haben die Koordinaten von Kapchenkos Anlage! Wir folgen dem Flusslauf! Verstanden! Her mit dem Knöppel! Dein Vogel! Halte die Augen unten! Nicht, dass uns einer die Eier abschießt! Die İşte und die gleiche Der Gate ist auf den Fluss und da vorne auf der Brücke ist wohl ein Kaliber fünfzig Die Brücke ausschalten! Kap Fr Audrill auf den vielen Kere X5 Oder deck' ich fitgeriv? Ich spiele gerne ein montage, die Brücke halten doch nicht, keine auszukício Latin, Herr divorce! Und dann hieß da es um alles! Sch sandy schieß einfach! Herr den Erinnerstand auf der Flussinfluss, ich kriege das adversche! Ich bin jetzt auf der Seite! Was muss ich da gar nicht weiterkämpfen? Ich dachte, ich müsste hier ein bisschen was machen. Okay, da ist nur ein Schrauber. Was komisch ist, ja? Okay, wir haben ihn. Oh, muss ich gar nicht mit der Höhe, dass er mit der Höhe das selber macht. Das könnte ruhig auch sein. Was? Hä? 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 Wie soll ich das denn schaffen? Äh, eine unlau-, oh ne, wie heißt das nochmal? Eine unmenschliche Aufgabe. Wie soll ich die denn schaffen, ey? Wie soll ich denn da ausweichen? Soll ich, gut, versuche ich mal, anders irgendwie zu spielen. Das ist nicht gut. Wir müssen sie hören. In die Höhe. Mach sie plat. Gut gemacht. Das war der letzte Vogel, den die unterholen. Charlie hat eine Pankheit über den Fluss gebaut. Sie und die Brücke müssen weg. Bäm, 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 bäm. Leitung kaputt. Heilige Scheiße, Mason. Das ist die Goldader. Das Auer ist der Oji Min-Fahrt. Hochi Ming. Hochi Ming. Hochi, hochi, hochi. Beide raus. Beide raus. Oh, der Schoss, Bray, ist gut. Bäm. Warte. Beide raus. Beide raus. Beide raus. Beide raus. Das sieht schon geil aus. Okay. Jetzt noch ein paar Panzer. Okay, den haben wir auch. Haben wir auch. Haben wir auch. Ich sehe was auf dem Radar. Siehst du eben, sich? Der Hord aus. Ja, die Masse den Hinten. Macht der Richter Platz. Alter. Ja, wir wollen mal ein bisschen aufpassen hier. Einen haben wir. Okay. Es ist schwer zu sacke, ne? Alter. Ich habe genau die gleichen Tritts. Wie du auf Lager. Boah, wie ich dann immer vorbeifache. Okay. Amen. Puh. Nur mein Dings ist auch nicht mehr ganz so gut. Also irgendwie müsste ich jetzt mal langsam landen. Okay, ich will jetzt mal runter. Ja, so. Aber er kann gut fliegen. Oh, schnell raus hier. Ich will hier nicht mehr drin sein. Boah. Zack. Propeller hält. Rosa, ey. Wir müssen uns nicht verstecken. Ohne andere Waffe. Nimm ich die mal. Okay, weiter geht's. Noch ein paar Waffen. Und mal über kurz, mal kurz gucken. Aber ich glaube, das war es auch. Okay. Na, folgen wir. Wir folgen wieder. Wir müssen immer nur... Russen. Vor der Deckung gehen. Natürlich, dass wir schon noch wieder sterben, ne? Beim Baum stammt. Granate. Guck, man hört das sofort. Also, ihr habt den voll getroffen wieder. Aber das ist ja auch wieder hier unrelevant. Wo ist denn hier ein Flammenwerfer? Ich sehe keinen. Oh, oh ne, schon wieder. Ich werde sie befragen. Kravchenko ist hier. Hier lang. Wir können ihn nicht entkommen lassen. Ja, wenn Kravchenko da ist. Als wäre er am Fluss gefangen genommen worden. Haben sie mich hierher gebracht? Was machst du da nur? Ich sollte nach Russland zurück. Wir müssen diese Jungs befreien. Und Dragovich sollte über mein Schicksal entscheiden. Wir sind jetzt selbst für unser Schicksal verantwortlich. Was hängt um uns da? Also, da kann man uns vorher gehen. So, da ist noch ein paar Helfer. Das ist immer das doofste Gefühl, was es hier gibt. Oh, wie viele da kommen, ey. Da kommen noch mehr. Aufpassen. Ja, einfach mal ganz schnell nach oben. Könnte ja sein. Was ist jetzt hier? Ja! Wer ist das denn? Achso. Nimm die Waffe. Scheiße. Alter, wie der mich zurichtet. Ich hätte sie in Borkuta töten sollen. Hab dich erwischt, du Drecksache. Ja. Sie werden mit mir sterben. Scheiße. Woods ist auch tot. Jetzt ist Domen, ne, Bowman tot. Woods tot. Mason, what? Hä? Alles okay. Ne, ist Kravchen... Äh, Ressonov ist das. Ja, guck. Alles okay. Ja! Alles okay. Mason! Geissnav? Kravchenko ist tot! Dragovich, Kravchenko, Steiner, alle müssen sterben. Wo ist der Zahlensender? Alle müssen sterben! Alle! Richtig. Gut, aber heute noch nicht ganz. Also, einen haben wir jetzt, Schobber. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen Abend wieder um 18 Uhr. Schaltet rein, wenn ihr Lust habt. Und ja, ich bedanke mich. Bis denne. Tschüss! Tschüss!